Was genau geht's denn? Herzlich Willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal nach gefühlt 40 Jahren Ey Föder, warte, warte, hast du einen Beutel für mich? Ja Leute, wie ihr mitbekommen habt, wurde ich leider operiert Was, ein Abtörner, was? Stell dir mal vor, deine Tante wird vom LKW angefangen Oh mein Gott Jetzt Spaß beiseite Ich und Symed haben heute vor, wieder nach langer Zeit Wirklich nach langer, langer Zeit FIFA 23 gemeinsam mit euch zu spielen Wir werden heute den Cook-Modus mal ein bisschen ausprobieren Um zu gucken, ob wir vielleicht ein paar Siege kriegen Wir haben schon etliche Packs gezogen Ich glaube, fast 1000 Euro haben wir schon ausgegeben an diesem Spiel Ist auch sehr schlau von mir Auf jeden Fall haben wir das alles im Stream gemacht Wenn ihr natürlich Lust und Laune habt Kommt gerne in unsere Streams auf Twitch rein Dort sind wir wieder ab heute wieder täglich live Wir werden dort Gas geben So wie gewisse... Ja Bruder, wir haben uns lange nicht mehr gehört Und ich wollte nur sagen, dass ich Bushido's Haut durchficken würde Bis ich spüren wollte Hamelt, mein Bruderherz Nach 40 Jahren wieder auf Youtube geht es los mit unserer FIFA-Karriere Hast du Bock im Kopf? Halt die Fresse und fang an du... Ich hab recht Dich Bock, Hamelt Halt die Fresse und Fresse Halt die Fresse Halt die Fresse und Fresse Ich werde einfach noch fetter und fetter Ich bin der einzige Mensch Ich geh zum Frisur und sieh ekelhafter aus als vorher, ne? Scheiß drauf, Wallah, Baby-Toms sind die Macht Oh Stell mal vor, du hast eine Entzündiger und eine Speicheldrüse An alle Wichser die Diabetes haben An alle Wichser die Diabetes haben Die Behinderung ist doch immer weniger zu FIFA 23 ist jetzt mittlerweile schon draußen Seit längerem Zeit, aber ich konnte leider jetzt erst ein Video machen Ist halt nicht schlimm Ich wurde halt nur operiert komplett, ich bin fast gestorben Ist aber auch nicht schlimm, denn wir brauchen keine Niere Niere vor life, Niere ist hier, Papa, Papa Okay, ey, wir sind für immer da, Kapital, Bruder Ich bin tot, glaub ich jetzt ohne Witz Leute, das ist das Team, mit dem wir jetzt gemeinsam mit Symed Korps spielen werden Ich hoffe, wir werden ein paar Siege holen Ansonsten fick ich Heringsfilet, Wallah, wer ist so was eigentlich, Wallah, Willah Ich bin Edwin van der Saar Ich bin Edwin van der Saar Ich bin Edwin van der Saar, bin ich behindert, Wallah, Willah Wir skippen sein Team nicht, um zu gucken, gegen was wir spielen Wir spielen gegen den Legi Gangster Er ist ein Legi Gangster Ich bin tot, was laber ich eigentlich, Wallah, Willah Schön, Herr Schmeichel Hat er bestimmt wieder als Eikonis bisher? Er hat das beste Team der Erde, ne? Ich glaub, er fängt unsere Eltern durch Let's go, Symed Wir küssten die Oh, ja Huh 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 Schön Stell dir mal vor, du willst dein kleines Fenster schließen Und du quetschst dir einen kleinen Finger dazu schneiden Der hat als fängt die unsere Eltern, ne? Wallah, Willah, hättest du die Kairani geküsst? Ich hätt ihren Vater gef***t Hadi Sadansollan, Saarqaratankoshtrölhalan Hadi Shun Ja Ja Schön Boah, Symed, ich glaub, die ficken unser Vater durch Nee, jetzt ohne Wind Ja, wir holen ihn raus sehr gut Ja Schön Haha, die kann nicht spielen Wallah ist ausgetupt Ey Hahaha Das kann man nicht sagen, Jürgen Was macht das? Ey, Dinger Oh mein Gott Wie ist das? Wie ist unser Vater, ne? Ey, scheiß drauf Lass mal Mortal Kombat spielen Da spielt man Wallah nicht Wallah sind Zebras nicht mächtige Tiere, Wallah Ja Jetzt Ich bin tot Ja Let's go Sehr schön Hahaha Hahaha Wallah Ferhat, wir haben uns jetzt neu Wallah, ich bin mir scheiße Das gibt's nicht Es ist krass, was meine Onglieder Ulan, nereye pas satıyorsun? Amrak oğlum, soytarık Orosun, çocuğun, ya Ich weiß nicht, krass uns nicht Schakamaka, bir tarafa Tamam, wir haben alüşmaß Wir machen witzig, ist das Abi, kommann, so ein einfaches Pastanen machen Ağzlaß, Süleymanoğlu orosun, çocuğun Senin götüne jettelgesin be Siktimin kraathanede gezeri Zaten pastanede bile parayı harcayamıyorsun Orosun, çocuğun Sülalenin siktimin Zebra kafalı pezevengin, çocuğun Sümüklü böcekler götünü yesin be Puh, siktir git, gire Oh mein Gott, wir kommen gar nicht voran Voran, komm Oh no, mom Genau Wir haben nur ja nur, ich liebe es Stell dir mal vor, du schreibst eine Geschichte in der Arbeit Und dann fragt dich einfach so der Lehrer Ja, und wie sieht es aus mit der Legislaturperiode Ich bin da halt durchgefegt Wir sind... Aber er hat uns durchgefegt Ehhhhh Aber der fikt uns durch Grüße gehen raus an einen Blali Was macht der Hast du schonmal einen Regenbogen gesehen? Ja Hast du schonmal einen Koran gesehen? Ich bin tot Ich bin tot Ich bin tot Ich bin tot Ey, Wallah Scheiße Samed Bitte Wallah, du Huren, du Deine Mutter fingert dich auf den Kino ein Samed, wichtige Frage, Wallah Popcorn seltsch oder süß? Süß, Wallah Fick dein Schwiegerfass Haber als so ne Er hat einfach für Rap mir den Kopf herabgenommen Ich liebe sie Pass auf, pass auf Pass auf Pass auf Du hast ihn geschickt Du hast ihn geschickt Wir haben nur eins Stell dir mal vor Du willst wählen gehen und dein Kind wird erschossen im Kindergarten Wallah, billah Denkst du jetzt mal keinen Spaß, ne? Ich mein's würd nicht ernst Finde ich witzig sein Ich hab die ganze Frage Mein Vater war's umgebast in der Hand Mein Vater war fast haften Spiel Junge, ich fick dich du Kapiss dich Samet Was ist jetzt passiert? Wir können grad nicht spielen, ne? Ohlum, was ist jetzt passiert? Wallah, billah Shukram, Habibi Ey, wah, wah Ja Ich glaub ich kann jetzt koreanisch, ne? Ja Wir sind tot Ey, die kann nicht Samed, ich hab eine Frage an dich Die ist aber ernst gemeint Ernst gemeint, Wallah Warum geht deine Mutter mal bei Real einkaufen? Weiß ich nicht Real Einmal hin, alles drin Ich lass nie wieder Wallah, wieder Scheiß, du hörst wieder schön die Aufnahme Ich hab den Ficklons durch Ey, Mann Samet, das ist die beste Spiel Oh mein Gott, Scheiß Ja Aaaaah Weiß ich nicht über drei Leute Das passt Also du hast gepasst Pass, pass, pass Sehr schön Ja! Oh mein Gott Samet, wir können wirklich gar nicht zusammenspielen Das ist unfassbar Wallah Ey, ich hab ihn umgebracht Ich hab dich doch gekauft Wallah Wallah Wir haben dich eintäuscht Das glaub ich nicht Er ist Fickl Die ficken uns durch Stell dir vor, du erschreckst dich bei Tageslicht Was ein Hoch und so wusste sein Wallah Wallah, sein Verteidiger hat das maximale Verteidigung ausgeschöpft Wallah Lass mal zu PES wechseln Wallah, ich hab das viel besser Ich glaube Stell dir mal vor, du kaufst dein Kind zu großartig entfernen Und er verliert uns einfach an der Schule Alter So? Ich bin tot Jetzt rennt Jetzt Ja! 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 Willst du mir sagen, unsere Technik ist so weit fortgeschritten Aber Menschen können immer noch nicht fliegen? Du hast sie umgebracht Ja! So weit Ja! Jürgen, warum die ganz so offen? Oh mein Gott! 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 Ey, lass uns doch! Wallah! Scheiße! Ey, was drauf! Wir spielen nie wieder FIFA! Weppesst euch Wallah! Uuuuh! Knap weit weg kommt Lauf vor der Garn Erst wird geteilt Am Achete des Blei Die Garnmacht Pah! Pah! Lauf vor der Garn, Garn Garn Fick den Verstand Denke nicht weit Der Teufel in Hand Riecht ab wenn er sagt Die Garnmacht Pah! Pah! Lauf vor der Garn, Garn Ah, was soll ich machen mit der Gang?